Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Royal Revolve 2. Der Krieg läuft noch ein Tag und sieben Stunden. Und es ist eine richtig knappe Sache, wenn wir mal in die aktuelle Rangliste hineingehen. Wir haben ein Feld weniger, haben aber knapp 4000 Totenköpfe mehr. Lesabre Rouge sind hier ganz klar unser, ja, ärgster Gegner. Und wenn wir mal auf die Map drauf schauen, wir haben hier zwei Kriegsschauplätze. Zum einen habe ich gerade Krieg erklärt gegen Fitz, wo wir direkt loslegen werden. Und wir sind momentan am Verteidigen gegen Lesabre Rouge und führen da. Und das kann ein entscheidender Fight sein, beziehungsweise meine drei Fights können da noch entscheidend sein, sodass wir es direkt mal loslegen. Ich fange hier mal beim ersten an, da sehen wir wieder, da haben wir vier Türme hinten verteilt. Das ist ein bisschen unangenehm, deswegen wir schauen wieder, gerade jetzt beim ersten, dass nicht allzu viele Türme hinten sind. Hier haben wir nur einen, als kleinen Warm-Up-Kampf, denke ich, starten wir doch am besten gleich da mal durch gegen Antrax 21 und schauen, was der so zu bieten hat. Mit im Hintergrund ein bisschen Herbst, was ja zur momentanen Jahreszeit hervorragend passt. Ist ein ganz nettes Gimmick, was das Game so mit sich bringt, dass man sich hier eben diese verschiedenen Jahreszeiten holen kann und dann, ja, dem Spiel einfach so ein bisschen einen individuellen Touch verleihen kann. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon gemacht. Teilweise kann man das zum Beispiel machen über diese Freundes, ja, ich nenne es mal Kärtchen oder Coupons, die man dann in Juwelen umtauschen kann. Jetzt musste ich hier gerade mega einstecken und bin gestorben. Da hat der Alex zu viel getankt. Gehen wir nochmal zurück, probieren wir gleich nochmal, weil so stark ist der eigentlich gar nicht. Da habe ich mich einfach nur ganz blöd verhalten und bin hier wie so ein Irrer vorgelaufen. Schauen wir gleich nochmal, dass wir das Ganze ausbessern. Atrax war das. So, probieren wir gleich nochmal. Kann ja nicht angehen, dass wir hier so durchgereicht werden. So, und jetzt lassen wir mal wieder schön unsere Trüppchen vorlaufen. Die dürfen tanken und dann können wir auch selber dementsprechend wieder entspannt ein bisschen austeilen. Hier schön die Spells reingehauen und jetzt wirklich darauf achten, dass man hier selber nicht. Hier habe ich hier auch ein Schild für meine Boys und jetzt schauen wir mal mit der Heldenfähigkeit, dass wir die alle schnell zu uns holen und dann da dementsprechend loslegen können. Hier wieder die zwei Spells. Jetzt können wir auch mal einen Froster mitnehmen und lassen die Jungs hier schön vorlaufen und ein bisschen austeilen. Geben ihnen auch gleich ein Schild. Und hier war es gerade der Bereich, wo ich dann eben gestorben bin. Wenn ihr seht, hier haben wir sich ein bisschen geschickter verkauft, dann ist das wirklich gar kein Problem. Keine Ahnung, was da los war. Warum ich da so schnell down gegangen bin. Auch jetzt habe ich da wieder schon ein bisschen was einstecken müssen. Aber mit einem Schild für mich und meine Jungs sollten wir es auch alles hinbekommen. Hier dann einfach die Dev-Einheiten schon ein bisschen höher gelevelt. Und da kommt schon wieder die nächste Verteidigungswelle, der wir mit einem Zauber zusetzen. Und diese Kombo ist fies. Er hat hier wirklich zwei so Türme miteinander kombiniert. Einmal Wasser, einmal Lava. Und macht das Ganze nicht leicht. Ihr habt gerade gesehen, die erste Krone haben wir schon geholt. Hier wieder ein Bombenturm. Die Bombe, die kicken wir. Geschickt zurückgehen hier zwischen die Jungs rein. Benutzen auch nochmal einen Zauber. Und immer dran denken, von hinten die Einheiten hinterher holen. Hier ein Schild für meine Truppen. Auch das ist natürlich enorm wichtig. Gleich nochmal den Zauber genutzt. Und jetzt haben wir, wenn wir es oben auf der Fortschrittleiste sehen, die Hälfte ungefähr geschafft. Wir haben hier wieder einen neuen Zauber bereit. Gehen hier einmal rein und rufen wieder fleißig die Einheiten nach. Und können jetzt auch nochmal die Heldenfähigkeit nutzen. Geben den Jungs hier ein Schild. Und gehen hier mit unserem Schwerzauber einmal mitten rein. Und teilen hier richtig schön aus. Und wir haben noch Zeit. Es könnte was werden, dass wir hier die vollen drei Babys holen. Ich gehe schon mal hier heldenhaft rein. Und kümmere mich um diesen Turm. Der hier unbedingt down gehen muss. Hier mit der Heldenfähigkeit. No comment. No comment. Die Kanonen sind zu spät gekommen. Und haben zu spät darauf geschossen. Das haben wir 590 von 600. Das ist akzeptabel. Ist natürlich ärgerlich. Aber bei Zeiten kann man hier nach Ewigkeiten auch mal wieder etwas Glück. Und das entsprechend rausgezogen. Und auch gleich ein Trüchen bekommen. Und wir bekommen einen Item, das wir verkaufen. Eine neue Rüstung. Münzen auch nochmal. Und gehen jetzt gleich nochmal in die Kriegssitzung rein. Und bessern natürlich auch mit unseren anderen Angriffen noch nach. So den ersten Hammer. Dann schauen wir uns eben mal weiter. Hier stehen 4 am Ende. Hier 3. Hier 4. Hier steht auch viel am Ende. Also das ist wirklich so richtig, richtig unangenehm. Da stehen 2. Hier stehen auch 2. Und die Totenköpfe werden natürlich immer weniger. Ich denke wir probieren mal ihn hier. 540. Natürlich mit dem Ziel auf 3 Kronen. Ethan 180k. So. Und gleich mal wieder fleißig. Truppen bilden. Hier mal beide Spares reingehauen. Mit dem Froster hinterher. Ein Schild für meine Truppen. Und dann können wir hier gleich mal schauen, dass wir das Böhmchen zurückkicken. Was nicht mehr geklappt hat. Nehmen gleich noch eine Kanone mit. Kanone ja wirklich entscheidend. Wenn es dann um die Zukunft geht. Also wenn es darum geht, gegen Ende der Map genügend Schaden an Gebäuden zu verursachen. Da ist eigentlich wirklich, ich nenne es mal der einzige, ja wenn man es so nennen will, Geheimweg. Oder Variante, die mir einfällt, dass eben diese Türme dann rechtzeitig noch ausgeschaltet werden. Dass man einfach genug Kanonen dabei hat, die sich dann dementsprechend darum kümmern. Und deswegen bin ich jetzt hier auch drauf bedacht, lieber mal ein paar mehr mitzunehmen als sonst. Und Froster und Krieger. Zumal es ja hier ganz gut klappt, weil es die DEF-Einheiten nicht so stark sind. Ein bisschen einzuschränken. Dass wir dann im Optimalfall am Ende wirklich so viele Kanonen dabei haben. Dass sehr, sehr schnell diese Verteidigungstürme ausgeschaltet werden. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Masterplan hier dann gleich auch aufgehen wird. Wenn wir langsam Richtung Festung kommen. Und bin hier gerade als Anführer fleißig am tanken. Ein gutes Vorbild für meine Jungs. Hier ein Bömmchen. Und wir gehen zwischen rein und zünden die zwei Spares. Und räumen hier ein bisschen auf. Und ihr seht hier, wir haben hier Kanonen über Kanonen. Die dann schon mal ganz entspannt die Türme aufräumen. Jetzt muss ich ein bisschen zurückhalten, dass ich hier nicht zu viel einstecke. Gleich nochmal die Spares genutzt. Und jetzt haben wir hier oben einen Turm. Nutzen mal die Heldenfähigkeit. Und der Turm, der Turm, der Turm. Das ist der Wahnsinn. Da wirst du verrückt. Der Turm war noch One-Hit. Und trotz Heldenfähigkeit auch nicht downgang. 530 Totenköpfe bekommen. Schauen wir mal, was wir mit einem dritten Angriff noch reißen können. Da können wir jetzt auch dann gleich einen von oben nehmen. Weil, wenn wir es nicht mal da schaffen, den Turm down zu bekommen, werden wir es weiter unten auch nicht schaffen. Deswegen, wir bauen natürlich hier die Führung ein bisschen auf. Gehen nochmal auf Angreifen. Und gehen jetzt einfach auf... Gehen wir auf den hier. Ja, schauen wir mal, was wir mit dem reißen können. Bis zu 636 Totenköpfe. Schauen wir mal, ob das was wird. So, ein Schild für meine Jungs. Beide Spacema rein, weil hier sieht man schon, wird es... Ist es so ausgelegt, dass es am Anfang richtig, richtig rund geht. Da hat er... Oh, diese Mörse sind fies. Die diesen Giftschaden machen. Ihr seht hier, alles ausgeschaltet. Okay, das könnte schief gehen. Das könnte böse, böse schief gehen. Oh, scheiße. Und jetzt bin ich oben wieder auf diese Jam-Funktion gekommen. War nicht extra. Ist im Eifers Gefechts. Also ihr wisst, für diese 6 Diamanten einfach die Möglichkeit zu sagen, Alex stirbt gleich, dass man da oben austeilt. Und ich bin tot. Also gut, dann können wir sagen, der ist doch ein bisschen zu heftig. Da müssen wir uns an einem bisschen leichteren wagen. Und machen hier den Rückzug muss man auch mal eingestehen. Hätten zwar 62 Totenköpfe geholt, aber das ist natürlich am Ende nicht unser Ziel. Also gehen wir zu einem etwas Schwächeren. Nehmen wir doch am besten mal... Schauen wir mal, was wir bei ihm so reißen können. Probieren wir mal ihn hier. Was seine Base so zu bieten hat. Gegen Bultania. Ich vermute mal, dass das Ganze ein französischer Zusammenschluss ist. So, ein Schild. Und einmal die nächste Kanone. Hier gleich mal zwischen rein. Und die Jungs mit Spurs ein bisschen aufgeräumt, dass sie hier nicht entspannt von hinten die ganze Zeit Schaden verursachen. Und da kommen dann auch schon wieder Truppen nach. Und ich bin schon wieder gestorben. Irgendwas mache ich da gerade falsch. Dann gehe ich, glaube ich, zu Tanky rein und achte dann gar nicht auf meine Gesundheitsleiste und denke, wird es schon klappen. Aber gegen Bultania probieren wir jetzt gleich nochmal. Weil ich behaupte mal, diese Base sollte eigentlich schaffbar sein. So, wo haben wir Bultania? Da haben wir ihn. Probieren wir uns gleich nochmal. Gibt es ja gar nicht. Gibt es ja gar nicht. Diese Bultania hier. So. Und ab die Post. Gleich mal ein Schild zu Beginn. Die Heldenfähigkeit genutzt. Und hier den hinteren Bereich. Und einmal aufräumen. So. Dann auch wieder schön Truppen nachfordern. Und ihr seht, meine halbe Lebensleiste ist schon wieder weg. Musst ihr da wieder gut einstecken. Gleich nochmal ein Schild für meine Jungs. Und jetzt hier gegen den Ogre. Hier wieder zwei Spurs reingehauen. Auch mal eine Kanone mitgenommen. Und dann auch gleich nochmal die Heldenfähigkeit mit einem erneuten Schild. Und sobald die Spurs wieder ready sind, kümmere ich mich um die nächste Verteidigungswelle, die hier anrollt. Und hier, ihr seht, das ist mein Problem. Da muss man wirklich drauf achten. Ich renne oft zu schnell rein und tankt das dann alles weg. Obwohl ich das besser nicht machen sollte. So. Gleich wieder ein Schild. Hier ein bisschen zurückhalten. Beim Flächenschaden kann ich natürlich stehen, wo ich will. Wenn ich da in der Masse drin bin, bekomme ich da genauso was ab. Von daher da lieber ein bisschen zurückhalten. Hier wieder mit den Spurs schön aufgeräumt. Und das schaut jetzt doch schon besser aus. Nochmal ein Schild. Nochmal Kanönchen mitnehmen. Und auch diese Verteidigungswelle schnell und easy ausgeschaltet. So. Und wieder fleißig Truppen. Nochmal die Heldenfähigkeit genutzt. Und das schaut doch jetzt deutlich besser aus. Nochmal mit einem Schild. Wird die Truppen für den nächsten Kampf etwas gerüstet. Nochmal eine Kanone. Und ich bin schon wieder ganz voll regeneriert. Und kämpfe in dem Fall auch wieder ganz vorne an der Front. Jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen. Und hier haben wir jetzt noch wirklich viele, viele Death-Türme. Und mit der Heldenfähigkeit probieren wir mal, ob wir die ausgeschaltet bekommen. Auf der anderen Seite waren ja auch nochmal welche. Man könnte jetzt hier mit dieser Fähigkeit nutzen. Der ist da umgegangen. Einer ist stehen geblieben. Aber ich denke, da haben wir zum Abschluss für diese Verteidigungswelle nochmal ganz gut Totenköpfe gesammelt. 579 an der Zahl. Und wenn wir dann gleich mal schauen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, schaut es ja gut aus. Ich muss auch mal schauen, wie lang das Ganze hier noch läuft. Also gegen, das ist ja nicht, das sind ja immer so kleine, ja, wie soll man es nennen, wie so Zwischenkriege, würde ich mal sagen. Und die Krone verkaufen wir hier. So, wenn wir da mal jetzt reingehen und schauen, 8 Stunden 40 und momentan führen wir mit 19.400. Das schaut doch gut aus. Dann lasst uns doch gegen Fitz noch gleich loslegen. Wer hat sich denn hier schon ausgetobt? Sid Dragon hat schon angegriffen. Sehr, sehr fleißig. Und ich denke, einen Angriff sollte man auf alle Fälle noch hinbekommen. Wir probieren es mal gegen ihn. Er wird, glaube ich, richtig stark, aber wir probieren mal unser Bestes. Jota 88. Was wir hier so reißen können. So, gleich mal ein Schild zu Beginn. Das ist eigentlich immer ganz praktisch. Und dann auch hier gleich mal die Spells reingehauen und nochmal eine Kanone hinterher. Und am besten auch gleich mal die Heldenfähigkeit nutzen. Das Böhmchen zurückgekickt und wir haben die erste Welle schön gemeistert bekommen. Auch wenn ich hier schon wieder gut was einstecken musste, aber die Spells sind wieder ready. Das heißt, dann können wir auch gleich wieder etwas aufräumen. Und dann so schaut man hier. Da wird wieder drüber geschossen. Richtig, richtig unangenehm. Und ich muss hier wieder aufpassen, dass ich hier nicht zu viel einstecken muss. Und auch gleich nochmal die Heldenfähigkeit genutzt, dass die Jungs hier herkommen. Kriegen ein Schild von mir. Wir kümmern uns hinten um den Magier. Die Kanonen haben schon den Turm ausgeschaltet. Auch das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt bin ich hier auch wieder etwas umgeben von meinen Truppen. Und die Kanonen machen wir. Und hier seht ihr, das ist das Fiese. Das ist wirklich das Fiese. Aber jetzt haben wir sie ausgeschaltet, dass sie eben über Eck geschossen und gearbeitet wird, dass die Truppen dann, bis sie überhaupt mal ankommen, schon richtig viel einstecken mussten. Und das gilt es auf lange Sicht zu probieren, bestmöglich zu vermeiden. Funktioniert nicht immer. Ist natürlich auch immer eine Sache des Base Layouts, was das so zu bieten hat oder wie das so ausschaut. Hier schalten wir auch mal aus mit einer schönen Doppelkombo. Und die erste Krone haben wir geholt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier nochmal mit der Heldenfähigkeit arbeiten. Und auch da gleich wieder die Angriffswelle schön ausschalten. Und hier, ihr seht, wenn dann Kanonen am Start sind, ist das wirklich eine richtig feine Sache. Und wir laufen mal hier hinten rein und lassen es mal richtig explodieren. und schalten die Jungs aus. 50 Sekunden haben wir noch. Wer weiß, was mir hier reißt. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Fast down, fast down. Aber gerade hat es nochmal geklappt. Gerade so. So, und gleich nochmal Rückzug. Aber jetzt seht ihr, geht die Lebensleiste langsam wieder hoch. Kann ich mich selber auch wieder ein bisschen ins Gefecht stürzen. Und wir nehmen ein Schild und das hier aufpassen, dass ich gegen diese Mumie auch hier nicht zu viel einstecken muss. Hier nochmal eine Verteidigungswelle. Gleich nochmal ein Doppelspell und nochmal die Heldenfähigkeit genutzt. Und jetzt schaut es so aus. Hier oben haben wir noch einen. Und er geht, ja, the same procedure as everyday. Gebt mir da mal wirklich nochmal Tipps. Ich lese die Kommentare immer durch. Da bin ich einfach ein bisschen überfordert. Keine Ahnung. Das haben wir 98%. Haben 644 Totenköpfe bekommen. Und haben so schon mal auch einen ganz guten Start in diesen Fight gemacht. Gilt es noch, ein zusätzliches Fällchen zu erobern. Die Kriegssaison. Mir macht wirklich eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge auch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.